Kannst du mir helfen? Ja, kann ich. Hello darkness, my old friend. Ja, kann ich. I've come to talk with you again. Ja, kann ich. Because a vision softly creeping. Oh nein. Ne, der finde ich nicht. Okay. Alter, ich möchte mal kurz erwähnen. Ich habe 500 damage gemacht. Oh mein Gott. Und ich einkill. Von der Hupe. Kannst du mir helfen? Und ich so, jo, warte. Naja, normalerweise jemand, der ein bisschen häufiger Fortnite spielt, der kauft sich halt mindestens den Battle Pass. Was? Alter, Chris. Oh, Junge, ey. So clunky. Advanced. Alter, was der da macht, ey. Ich bin fast da. Noch nie Minecraft gespielt? Alter! Junge, ey. Soll ich in die IRF-Sektion wechseln, Chris? Können wir einen Comedy-Stream hier aufbauen? Ja, bitte. Müssen eh rein, Erich. Ja. Weißt du, die Bonds... Bye, have a great time! ...ist da direkt erstmal in die Base da oben. Hä? Was denn? What? Äh... Habt ihr das gerade gesehen, ey? Ich habe eine Raketenwerfer rausgeholt, auf einmal war der irgendwo weg. Ach, der hat sich einfach aufgelöst. Shit. Oh mein Gott! Du hast... getroffen, lol. Leck mich am Arsch, Alter! Ich habe den anderen aufgelöst! Loll! Was?! Alter, das waren zwei 2-20 Shots innerhalb von zwei Sekunden, oder was? Ja. What?! Ich hab dich doch, Bruder! Ich hab dich doch! Jesus! Boah, Mann! Kann ich bauen und nicht wie ein Autist, Alter! Oh, bildlich! Jetzt kommt trotzdem die Rocket von oben rein! So ein Leck-Rakete von oben rein, ey! Wie kommt die Mann! Wie so eine Atombombe einfach genommen! Surprise, motherfucker! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ah! Chris! Töte ihn, bitte! Töte ihn! Das ist noch einer! Elvis! Hupe! What the fuck?! Alter, wo kam die her?! Junge, was war das, Alter? Komplett Armageddon! Oh mein Gott, wie geil, Alter! Jetzt kommt trotzdem die Rocket von oben rein! Ich sehe halt bei dir in der Community sehr viel Zustimmung für Koks und Nutten! Ja, das ist so, ne? Wir sind Läufspieler, oder? Das sind ja auch 14-jährige Läufspieler dabei! Wollte grad sagen, wenn du den ganzen Tag Läufspielst, dann bist du frustriert! Da brauchst du was zum Abschalten! Ja, ne, das sehe ich! Dann haust dir ein bisschen Koks und ein paar Nutten rein! Aber zum Abschalten Koks gehst du ja hier drauf! Weiß ich nicht, ich hab noch nie Koks genommen, Chris! Was? Das ist doch gelogen! Wir haben uns auf der... Achso, ne, das dürfen wir nicht offline! Hahaha! Warte, für eine Scheiße, Laura! Alter! Ah, Junge! Das glauben wir da, Leute! Pass mal auf, Alter! Dann bin ich auf einmal, über Nacht bin ich dann zum Drogen-Junkie geworden, Alter! Mal, es werden endlich mal die... Die Spieler mit dem guten Aim werden jetzt endlich mal belohnt, Alter! Weißt du? Und nicht die Kartoffeln! Also ich hab vier Kills, Chris, ich weiß nicht! Du so? Guck mal, da ist ja ganz still! Der Fettsack! Wir brauchen sechs, wir haben 19 Kills im Duo, Alter! Let's go! Ist das euer erstes Game, oder? Mh, erstes Game! Let's go! Hä? What the fuck? What?! Nee, Erich! Hast du nicht gemacht, Alter! Hast du nicht gemacht, Alter! Juri, ich bin ein motherfucking Gott, Mann! Okay! Ich bin ein motherfucking Gott, Mann! Ich bin ein motherfucking Gott, Mann! Alter, ey. Lol, what? Hä? Da fuck, bei mir ist Chris gar durch die Gegend geflogen. Ohne Witz? Nein! Als du den schon am Retzen warst, ist auf einmal den sein... Plus, du bist einmal durch ne halben Bildschirm geflogen. Ist ziemlich nice. Weiß noch nicht, find die auf Midi- oder Close-Range, find ich die generell... Äh, meinst du, meinst du Tactical, oder? Irgendwie ne Waffe. Ne, ich mein die... Holy! Oh mein Gott, ich hab dich was eingepackt. Hahaha. Gib mal Schild, gib mal Schild, gib mal Schild. Also ich will jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber ein bisschen kam raus. Na, du bist bestimmt einer, der sagt, das Fortnite braucht keinen Skill, ne? Ich komm wieder in meinen Fall hier dran. Hä, ernsthaft? Wir Menschen. Mach die kaputt! Finish die weg! Ich will ja nix sagen, ne, aber Hupe fightet irgendwie immer gegen Bots. Das waren die gleichen, die dich getötet haben, Mann. Hä? Hä? Also die in meine Falle dran sind. Ne, ich meine die gerade, die du gerade gekillt hast. Junge, ich will mal kurz meine Unterhose wechseln, Mann. Alter, das kam ja komplett out of nowhere. Holy shit, Alter. Dieses Scheiß-Gelaber von der Karma immer, ne? No, Elasar, Thiri, mmh, lutsch mir die Eier. Alter, jetzt mal seriously, Giovanna. Bist du komplett bronze oder was? Die rennt einfach mal auf die Lane. Mit, äh, Kaisar kann man übrigens sehr gut die Tariq E dodgen. Mit, äh, Kaisar kann man übrigens sehr gut die Tariq E dodgen. Mit, äh, Kaisar kann man übrigens sehr gut die Tariq E dodgen. Damn, that Kaisar, insane. Er hat uns gelobt! Okay, das war... ...cringe. Das war sehr cringe. Vergessen wir das ganz schnell, Leute. Warum bin ich geflasht? Ich bin scheiße, ich bin so scheiße. I don't fucking know. Warum bin ich geflasht, Alter? Das war so ein, das war so ein Gruppenzwang irgendwie, gefühlt. Wenn Malfight flasht, ich flashe auch. Ja, let's go. Was ist denn los? Was ist denn los? Du, 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 geh dich einfach nur löschen, Alter. Du bist so low, ey. Holy shit, ey. Hier kannst du 2-0 gegen den Grumble. Puh, ha, ha, ha. Alter, was ist hier los, ey? Send more, Alter, wirklich. Send fucking more, ihr Plips, ey, wirklich. Und so, ey, da ist Shaco Main, Leute. Da weißt du Bescheid, ey, wirklich. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin scheiße, ich bin so scheiße, ich fletsche gegen die Wand, ich bin so scheiße. Nee, nicht wirklich, oder? Das hat er nicht wirklich gemacht, Alter. Boah, Alter, der drückt, ja, warum? Oh, ich wäre so gut gewesen, wenn ich das überlebt hätte. Oh mein Gott. Also wenn das ein Vorgeschmack ist auf die Lane, Alter, dann erschieß mich bitte sofort. Oh mein Gott.